Ich wünsche Ihnen Gesundheit, liebe Ukrainer. Seit Beginn des Jahres sind erst zwei Tage vergangen, und die Zahl der abgeschossenen iranischen Drohnen über der Ukraine hat bereits 80 überschritten. Und in naher Zukunft könnte sich diese Zahl noch erhöhen. Denn in diesen Wochen können die Nächte ziemlich unruhig sein. Wir haben Informationen, dass Russland einen längeren Angriff der Schahids plant. Es könnte auf Erschöpfung setzen. Auf die Erschöpfung unserer Menschen, unserer Luftverteidigung, unserer Energie. Aber wir müssen und werden alles tun, damit dieses Ziel der Terroristen scheitert, wie alle anderen auch. Heute möchte ich den Luftkommandos Mitte, Süd und Ost, meine Anerkennung für den erfolgreichen Schutz unseren Himmels in diesen Tagen aufsprechen. Und vor allem, die Kämpfer der 96. Kiva, 208. Chersona und 138. Dnipro Flugabwehrraketenbrigade, des 301. Nikopoler Flugabwehrraketenregiments der Luftstreitkräfte sowie die Kämpfer des 39. Flugabwehrraketenregiments der Landstreitkräfte auszeichnen. Ich danke unseren Piloten, unseren Kampffliegern und den mobilen Kampfgruppen. Jetzt ist die Zeit, in der alle, die sich für den Schutz des Himmels einsetzen, besonders aufmerksam sein müssen. Das russische Regime braucht mobilisierende Emotionen. Etwas, das sie ihrem Land demonstrieren wollen, damit sie weiterhin lügen können, dass alles nach Plan läuft. Unsere Aufgabe ist es, der Ukraine jeden Tag Erfolge zu bescheren. Rungenschaften, wie klein auch immer, aber Siege über Terroristen und Terror. Jede abgeschossene Drohne, jede abgeschossene Rakete, jeder Tag mit Strom für unsere Bevölkerung und minimalen Stromausfällen sind genau solche Siege. Und jeder Schritt unseres Militärs an der Front, jede gesicherte Position sind solche Erfolge, die jetzt von strategischer Bedeutung sind. Wir müssen den Preis für eine neue Mobilisierung und den Krieg im Allgemeinen für den terroristischen Staat so weit wie möglich erhöhen. Ich bin jedem unserer Kämpfer dankbar, der dies ermöglicht. Ich danke allen, die in der Nähe von Bakhmut stehen. Ich bin allen dankbar, die trotz allem Stellungen in solidar und anderen Richtungen halten. Danke für die Region Luhansk, für den Süden. Egal wie schwierig es jetzt ist, wir müssen es aushalten, um es am Ende dieses Winters einfacher zu machen. Heute habe ich mit der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen gesprochen. Ich freue mich, dass das erste internationale Gespräch im neuen Jahr mit dem Chef der Europäischen Kommission stattgefunden hat. Wir verstehen auch die Herausforderungen dieses Winters, dieses Jahres für die Ukraine und ganz Europa. Wir haben über finanzielle Unterstützung für unseren Staat gesprochen. Im Januar erwarten wir die erste Tranche der Makrofinanzierung, wie letztes Jahr vereinbart. Das ist gerade jetzt, wo Russland versucht, neue Kräfte für eine Aggression zu sammeln, äußerst wichtig. Wir haben auch über die Vorbereitung des Gipfels zwischen der Ukraine und der EU gesprochen, der Anfang Februar stattfinden wird. Ich glaube, dass wir auf diesem Gipfel in der Lage sein werden, die wichtigsten neuen Schritte für dieses Jahr für unsere gemeinsame Stabilität, für unseren gemeinsamen Sieg zu skizzieren. Heute hatte ich ein spezielles Vorbereitungstreffen mit Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrates und Vertretern des Ministerkabinetts, der Verkona-Radar und des Amtes zu globalen Trends für die Ukraine in diesem Jahr und in der Zukunft. Ich habe die Ausarbeitung von Beschlussentwürfen des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates in Auftrag gegeben, um die innere Transformation unseres Staates fortzusetzen und die Sicherheit und Führung der Ukraine unter allen äußeren Bedingungen zu gewährleisten. Ich danke allen, die heute Abend an den Einsatzorten ihren Dienst leisten. Ich danke allen, die für unsere Heimat Ukraine kämpfen. Ich danke allen, die uns helfen. Hoch liebe die Ukraine!